ist okay das ist völlig legitim das ist vollkommen in ordnung jetzt können wir dr balance natürlich nicht spielen aber wir werden einfach mal das feld bisschen besetzen einfach mal board control halten ja ein bisschen muss doch sein das duell geht jetzt gerade schon wieder wir sind ja erst bei 21 minuten dann geht es dann noch das letzte video war glaube ich knapp 30 minuten glaube ich das ist dann doch schon ein bisschen lang also ja als zuschauer ist das natürlich super für mich zu hochladen bei der dsl 2000 ist auch so ein bisschen blöd aber es geht ja ist ja alles in ordnung ich frage mich gerade was er für einen plan verfolgt mein kleines board control halten ja er hat jetzt auch mal gespielt ja 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 was ist das was ist das was ist denn los hier was ist los ich habe jetzt mit ich hab die dinks bekomme ich hab was ich hab bitte was